So Leute, nach den vielen Kritiken und den Kommentaren mit dem Wärmebehälter haben wir was Neues. Unser Bam Ready ist aus der Gefecht. Ab jetzt wird nur noch frisch geschütten. Und dafür haben wir auch größere Fettwannen geholt. Automatisch schneiden wir das Fleisch runter und nichts mehr Wärmebehälter. Küst euch Herzen, bis dann.